Hans-Joachim Schellnhuber ist einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher. Er fordert ein Verbot von Inlandsflügen, aber nun musste er zugeben, selbst von Berlin nach München geflogen zu sein. In einem Interview mit dem Radionetzwerk Deutschland rechtfertigte sich der 73-Jährige. Er habe aus familiären Gründen innerhalb eines halben Tages von Potsdam nach Fürstenfeldbrück und dann wieder zurückreisen müssen. Der Zug sei dafür keine Option gewesen. Für das Verbot von Inlandsflügen sei eine demokratische Gesetzgebung nötig. Außerdem müsse mehr Geld in die Schiene fließen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.